Das geht ja gar nicht. Da wollte ich einmal kurz einen Schluck trinken. Aber da muss ich hier schon wieder reiten. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich soll einen Zug überfallen? Hilfe! Ich dachte, ich darf selber aussuchen, ob ich ein Gesetzloser werde oder nicht. Was ist das? Träcke? Habe ich noch einen Zug überfallen? Ich weiß, dass ich noch jemanden dazu überfallen kann. Es muss hierher sein. Du bist gut, Dutch? Natürlich! Hör, ich weiß, dass du nicht viel über meine Ideen, aber das ist die richtige Bewegung. Okay. Du weißt, dass ich deine Rückkehr habe. Ich habe lange Zeit gelernt, dass du Colm O'Driscoll hast. Wait für ihn, und die Leute, die du lieben, werden sterben. Dieser Krieg zwischen dir und ihm... muss ich festhalten, eine Art oder andere. Es wird sein. Einige Dinge kann ich nicht vergessen, andere kann ich nicht vergessen. Was er getan hat, Hannabelle? Ich kann es nicht tun. Du weißt, seine Brüder, Dutch. Ja, ich habe. Und ich hoffe, dass die Brüder sich bald wiederholen werden. Das ist wie das wird. Das ist richtig, Boss. Easy, jetzt. Ach, den Rauch, okay. Bleib stehen! Ich nenne dich Akita. Ich nenne dich Akita. Mr. Williamson, Mr. Bell. You two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela. You two hold position here. Let's go! Ähm, ich hab nicht zugehört. Was soll ich jetzt machen? Ich lauf mal einfach mit. Kann ich denn jetzt... Ah, mit E, okay. Zeigt mir das doch an, wie ich mich bewegen kann, Leute. Ich hab doch schon wieder alles vergessen. Ich hab jetzt einen Tag nicht gespielt. Ach, Moment, ich kann aber die Waffe nur beim Pferd wechseln. Oder wie war das jetzt? Mit welcher Waffe laufe ich denn gerade rum? Schrotflinte scheint hier drin zu sein. Jetzt darf ich die Waffe nicht mal mehr wechseln. Streich... Oh, ich darf mein Pferd streicheln. Oh. Du wartest auf mich, mein Süßer, ja? Brauch ich meine Waffe denn noch nicht? Hallo? Ich glaube so. Ja, das ist er. Sechs Leute, die ich zählen kann? Ne. Sieben, da hinten ist auch noch einer im Dunkeln. Muss ich jetzt irgendwas drücken, oder soll ich hier die ganze Zeit, äh... die ganze Zeit gucken? Also, Jungs, das sind sieben Leute. Wir sind eins, zwei, drei, vier, vier, vier... Wir sind zu fünft. Wo ist denn der fünfte? Ich sehe fünf Pferde. Der eine ist doch abgehauen, oder? Ah, jetzt darf ich meine Waffe wechseln. So, was haben wir denn hier? Ja. Wir haben den Revolver, der natürlich nicht schlecht ist. Nachladezeit. Da ist die Nachladezeit besser als ein guter Schaden. Das ist nicht so... Aber ich habe wesentlich mehr Patronen, das wäre vielleicht in meinem Fall ganz gut. Langwerf und Schulte. Ach, da ist auch noch was drin. Da ist dann... Okay. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt nehmen sollte. Die Reichweite zweieinhalb. Da ist die Reichweite... Ja, minimal weniger. Das sind aber schon viele, ne? Ich meine, er hat mir wahrscheinlich nicht umsonst das Gewehr gegeben. Ich würde mal sagen, dass ich das nehme. Ja, ich musste nur irgendwie Schrot einpacken. Achso, die bleiben hier. Sagtest du. Ich komme ja schon. Das laufen wir doch nicht in meinem Weg rum. Ja. 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 Da bin ich mal gespannt, was das Gewehr jetzt so bringt. Dräng mich hier nicht ab. Junge, ich will doch nicht sterben. Ich steppe wahrscheinlich unten. Ich weiß ja nicht, wie realistisch das ist. Bei den meisten Spielen kann man ja zwischendurch mal angeschossen werden. Wenn es realistisch ist, dann können sie mich nicht allzu oft anschießen. Und ich muss zugeben, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ich hätte ja jetzt gern so ein Scharfschützengewehr. Ist das möglich? Mit denen kann ich gut umgehen. Sehr viel besser als mit solchen Waffen. Wobei bei Tomb Raider ist es immer schon ganz cool gewesen. Okay, irgendein Leon ist anscheinend schon geflüchtet. Und der ist nicht mehr da. Haha Warum sieht der mich nicht, wenn er direkt in meine Richtung guckt? Das ist doch nicht von uns einer, oder? Äh, 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 was? Oh, ich wollte nicht schießen, hallo Ich wollte nicht schießen Ihr Vollidioten Wo ist er? Ich stehe jetzt den Hut weggeschossen Hahaha Egal Lass doch mal stehen Ich weiß nur nicht, wie ich nachladen kann Wer schießt denn da auf mich? Ach der Oh, scheiße Geh mir aus dem Weg Ich kann nicht schießen Ach, da hinten Geh mir aus dem Weg Geh mir aus dem Weg Arm runter Sonst muss ich dich erschießen Habe ich den jetzt durch die Arme durchgeschossen? Wer schießt denn da die ganze Zeit auf mich? Hallo Leute Ich sehe gerade keinen Aber ich werde dauernd angeschossen Ach da Ach da Da Nein Was läufst du? Vollidioten Jetzt direkt da rein Leck mich Jetzt habe ich dem schon wieder den Hut weggeschossen Oder was? Hallo Geh mir aus dem Weg Mann Er ist denn nicht tot gewesen? Schieß Hallo Wieso schießt der jetzt nicht? Ach so Weil ich dahinter stehe Oder wie? Oh Ist das dein Ernst? Worauf schießt der denn da? Ne Worauf schießt der? Ist doch keiner Leute Da ist doch keiner Worauf schießt du Idiot denn? Guckuck Ach da hinten ist einer Bist du denn jetzt getroffen? Bist du denn jetzt getroffen? Hallo? Welche Hütte? Ich sehe nichts Leute Ach da Da ist noch einer Das nenne ich mal Treffer Hier kann ich kein Schrupp Jetzt hat niemand leicht E gedrückt Um sie zu plündern Sehr gut Kann man hier auch was plündern? Ja mit R Ja mit R Sehr schön Yeah Erste Mission Erfolgreich Was? Oh da ist noch einer Nein Bleib unten Ich muss erst gucken wo die sind Wo ist einer? In rechts Wo laufen die denn? Da kann man ja gar nicht richtig anvisieren Das ist viel zu weit weg Boah wie lange braucht der zum schießen? Wieso habe ich jetzt die Pistole? Verdammte Hacke Was ist das für ein Mist? Jetzt weiß ich auch warum das so lange dauert hier Jetzt weiß ich auch warum das so lange dauert hier Nichts back to the camp Ich habe doch die ganzen Leichen noch nicht alle hier Gesucht Oh das ist ja nett Die Pferde kommen schon freiwillig Ja Wartet noch ein bisschen weiter Ich muss hier die Leichen doch erstmal durchstöbern Ich kriege hier Ich kriege hier Nein Nicht da wo Ich kriege hier Geld Und ich kriege hier Munition Glaubt ihr jetzt etwa Dass die hier alle liegen Oder was die Sachen Ich habe sogar einen Ring bekommen Es war bestimmt ein Ehering Oder so War jetzt kein großer Verlust Für die Frau glaube ich Lass mich noch eben schnell gucken Ja 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 Aber da hinten sind doch auch noch ganz viele Leichen Die müssen wir auch noch schnell plündern Das kann ich nicht nehmen Ich suche das Gebäude Ja das mache ich auch direkt Oh Gott Hier sind so viele Leichen So viele Sachen Die man nehmen kann Also der Ausflug hat sich schon gelohnt Glaube ich Allerdings habe ich jetzt auch jede Menge verballert Weil der irgendwie auf der Pistole stand am Anfang Schlangenöl Aha Was ist das? So Schön alle durchsuchen Da auch noch Der hat bestimmt auch noch was dabei Komm bück dich So Zwei Leichen habe ich noch Zumindest sie die ich sehe Ja dem Los Durchsuch ihn Wenn er noch lebt Hau ihm eine rein Ist mir egal Hauptsache ich kriege die Munition Yeah Jetzt sind wir aufgefüllt Welches Gebäude soll ich denn jetzt untersuchen Das hier Oh Halt Halt Moment Ja ob das jetzt so gut ist Eine Zigarre zu nehmen Ich weiß es nicht Kann ich hier das Dynamit irgendwie Neeein Ich wollte da noch den Rest durchsuchen Ich will aber noch nicht weg, ich hab doch noch gar nichts dazu Outlaws of the West Ja, ich glaube, wir werden sehen Oh, wir werden Sie wissen, er wird nach uns kommen Oh, natürlich er wird, wie alle anderen Aber wir werden noch ein bisschen vor ihnen bleiben Wir werden sicher, dass wir immer wissen, wo sie sind, bevor sie wissen, wo wir sind Wir haben uns einen Schritt nach hinten in Blackwater Das wird nicht wieder passieren Ja Also, ich denke, das wird ein ziemliches Hin und Her gereiht Wie soll ich das denn machen? Achso, fang ihn mit dem Lasso, wieso ich das denn machen? Äh, ich sehe ihn nicht mehr, hallo? Warte Ja 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 F und ihn zu fesseln, okay. Um ihn zu verstauen, okay. Bisschen weit hinten, aber... Hoffentlich fällt er jetzt nicht runter. Ach, wir haben schon Nacht? Deswegen ist das so dunkel. Na, das wird sich noch ausstellen, ob du nutzlos bist. Also ich muss sagen, das mit dem Reiten ist eigentlich ganz gut gemacht, von der Steuerung her und so. Das ist schon okay. Auf jeden Fall besser als bei Assassin's Creed, finde ich. Und die Pferde sehen wesentlich besser aus. Also hier. Hier sind wir, du sack of shit. Ich drücke R, bzw. halte R gedrückt. Kann ich den dann auch mal mitnehmen? Geht doch. Geht zur Hütte. Wo ist die Hütte? Ich hoffe, dass du wirklich glücklich bist hier bist. Will ich ihn sprechen? Oh nein, jetzt alles, was wir kriegen, ist lies. Herr, Herr Williamson! Tief den Maggott in einen Ort, in der Sicherheit. Wir werden ihn erst fredig. Ich habe ein sagen, mein Freund. Wir schießen, Freunde. 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 Wir werden uns herausfinden. Wir schießen, was du brauchst. Ich kann es nicht glauben! Ein O'Driskel in meinem Kamp. Ich bin ein O'Driskel, Herr. Ich bin ein O'Driskel, Herr. Ich bin ein O'Driskel! Ich bin ein O'Driskel! Oh, was du sagen, Junge? Well done, Arthur. Ich bin nur schuld, dass wir uns auf Kohl getrennt haben. Oh, es ist genug Zeit für das. Jetzt muss ich herausfinden, ob wir den Kampen schießen können. Okay. Ich bin ein O'Driskel. Ich bin ein O'Driskel. Ich bin ein O'Driskel. Vielen Dank.